oh es geht ab es geht es geht er jetzt sind wir wieder da so und haben wieder geile runde rock league im ensemble mit hier aus letzter folge müllkippen episode haben wir jetzt hier diesmal diesmal normale folge jetzt also gehen wir da einfach ein standard rein das mal funktioniert hier ja haben hier gewonnen 1 1 gewonnen von 2 das war die typische wetten hier auf uns hier auf unsere winchhams hier wurde ist einfach der ist ja noch unsere quote wäre literally 0,01 so ist ein kalt wird auf uns sein weil die wissen einfach wie gewinnen ja man sei denn einer landet auf der müllkippe dann ist nicht mehr sind auch hier pre das heißt sie haben verloren mann als ob der ist dann die decke klatscht aha 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 kein boost war nicht mit intention Warum nicht mit Intention? Ah ja. Ich sag auch das. Ich sag auch das, ja. Oh, Jesus, man. Ich dachte, ich bin auf den Block. Hä? Oh no. Ja, ich hab halt keinen Boost jetzt, ne? Ja, ja, ja. Danke, Aaron. Schon wieder gekriegt? Oh no. Ich hab's verboost wollen. Ja, wie? Alter. Ja, okay. Ja, war natürlich ein krasser Shot, so. Muss man schon sagen, echt nicht. Ja, du bist live. Okay. Ja. Das heißt, dem Schauer und ganze zwei Zuschauer oder so. Oh my god. Oh no. Ja. Du wirst halt einfach gewinnen, so, weil er aus dem Sieg. Bitte? Ja. 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 Noll. Christoph. Oh mann! Geht's zum Ball? Jaaaa! Ach, ich will eher dribblen. Ja, das ist aber schön, du! ich habe ganze null boost ja ist da dabei gute passen schon sagen die liter in die mitte alter nein ja ich würde sagen alles ist seine schuld junge alles sonst war eingelassen ich würde sagen als penalty kommt der schießrichter rein aber genau das bin ich jetzt warm ich habe mich aus prinzip aber schließt aber natürlich auch tore so hallo die anzeige sogar xd da darf nicht fehlen immer ist xd dabei wieso wieso reactivieren weg hier die 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 Nein. Wow. Ups. Ja, ein schönes Ding. Nee, gar nicht. Oh. Oh, nice. Okay. Nice. Die machen hier auch zirkte Suley, alter. Nice, bloch, Jure. Okay, komm. Der Ball ist literally free. Nee, ist er nicht. Ey, die und ihre scheiß Dinger, man. Versteig. Ich weiß, es ist voll cool, dass ich es versuche und so, aber... Nee. Komm, jetzt zu einem, nee, reinmachen. Nice one, sagt der auch noch. Er hat einfach getrashed, doch gerade. Trash. Trash. No way. Fuck. Okay. Komm, jetzt kommt wieder irgendwas. Pass auf. Oha. Nee, hab ihn. Wenn die nicht alle hingeschlattert werden, ist er ab. Ach man, könnt ihr mal aufhören damit. Es nervt. Tierisch. Und ich beginne. Und Jager. Naja. Oh shit. Boost. In the hood. Hä? Kill. Oh, Boost. Stark. Stark. Starke. Alter. Come on. Ja. Egal. Es ist, es ist halt immer die Schuld von dem, von der Person, die ganz unten ist. Komrat. Ja man. Genau so läuft es hier. Genau. So. Jo, bist du da nicht gemutet? Hm, hörst mal. Okay. Krach. Ja. Ja, auch einer fehl. Komm. Du musst jetzt doch mal irgendwie so reinmachen. Ja man. Gib ihm. Sad. Oh, der ist drin hab ich gehört. Naja. Ja man. Fast. Okay. Oh mein Gott. Egal, wir haben gehackt. Ja man. Riecht genauso. Achso. Ja. Ich würd die, ich würd die, ich würd das Game die Folge schon da cutten. Diesmal würd ich einfach aufhören direkt. Weil, davor waren es irgendwie, siebzehn Minuten, achtzehn Minuten ist das schon ein bisschen, äh. Too much. So, weil Leute, ich will halt nicht, dass die Leute sich so viel Scheiße einfach in, so lang gehen so. Direkt durch angucken. Ja genau. Also. Ah. Es war, es war ein Loose, aber es war, ne es war echt einfach komplett langweilig. Egal. Sag mal. Es war einfach. Ja. Es war Loose, aber. Es ist, ja aber komm. Hier als Grönung. Man muss einfach sagen, Konrad Spielstil, der ist so schimmlig, ja. Er hat mehr Haare wie Konrad am Sack. Was? Okay komm, hier, als hier, weil die Folge so lame war, mach ich hier ne Crate auf. Ach du Scheiße. Ach so. Aber einfach ne, was für ne Crate ist das? Ne Victory Crate. Wahrscheinlich irgendwie Bullshit draus. Ich kann dir ne ältere geben, wenn du willst. Ne. Ich hab noch ne Turbo. Ich hab noch ne Turbo. Ich hab noch ne Frühlingsgefühl. Erste Generation. Ne Nitro. Ne Turbo hab ich noch. Frühlingsgefühl. Ist das mit Strandbing oder was los? Ich hab noch, ich hab noch 5 Stück von Weihnachten. Wichtelfreude. Ja, ich hab davon noch 17 alter. Ich hab beide Generationen Wichtelfreude. Ja. Ne, ne, ich, ich. Oh ja. Impact Crate. Ja. Es ist halt alles übelst lame, was da so an Sachen rum sind. Hätt ich halt sowas wie, wo Zombas rauskommen könnten, ne, hätte ich gerne aufgemacht, weil, allein für das Ding mach ich's gerne auf. Accelerator hab ich auch noch. Ja, ich hab auch hier Axel. Triumph hab ich noch. Triumph hab ich noch. 11 Stück. Dann mach doch, dann mach doch Wichtelfreude auf. Da kannst du mir dieses Condiments rausbekommen. Hm. Ne, ich mag die nicht. Ja komm, mach ja auf. So. Komm, gib ihm. Mach mal eine auf. Eine Wichtelfreude. Guck mal. Hier, schön hier. Jetzt gibt's die Tugorstange. Oh, geil. Breakout Reindeer Radical. Ist ja fast gleich wie Wondermans. Geil. So war Painted. Wow. Das wollte ich schon immer mal haben. Welche Farbe? In, äh, Slime. Das war's glaube ich. Nice. Ja, anyway. Also. Es war's für dieses Mal. Leider, leider Alligator. See ya. Blablabla. Was? What the? So. Ganz schön. Tja aus ёл